Moin Leute, herzlich willkommen zu einem 2 gegen 2 K-Duell Nico, Fico und ich gegen FLXVV1 und Gamma Cash Wir werden jetzt mal sehen, wer gewinnt Nico und ich gehen in einen anderen Chat, nämlich in den Playstation Chat Und die beiden anderen bleiben im Spiel Chat Die Regeln sind, man darf das gegnerische Duo nicht runterschießen Und sie auch nicht töten auf irgendeine Art und Weise Man muss sie nicht beweifen, aber darf man Und dann sehen wir uns in der Runde, ciao Misty Misty Junge, die werden am Anfang direkt verrecken, ich würde wirklich Nein, nein, nein Misty kommt gar keiner mit Doch, bei mir kommt 2, 3 Squads mit Ah, ich habe einfach 6 Granaten direkt Die lagen einfach 6 Granaten nebeneinander Ich habe eine Pamp Neben mir, neben mir Ja, ja, ich habe ihn genockt Seine Mitspieler kommen, seine Mitspieler kommen Da liegt ein Midi Ich habe auch einen Jump Pad Hä? Da kommt noch mehr Ich habe noch einen Ich habe alle Ich push, ich push, ich push Die sind auf der Insel Ich habe ihn Einer ist bei uns. Einer hat einen 60er-Hit. Hab einen. Hab einen genockt, hab einen genockt. Bitte, bitte, bitte. Ey, er bevivet. Hier, bevivet, bevivet, bevivet. 2, 1, 0. Er, er, er kommt, er kommt. Pass auf. Aber mein Bruder würde niemals mit mir zusammen spielen mit einem Fekster. Ja, 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 ja. Wichtig, 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 wichtig. die junge wir nehmen ja immer noch auf dass sie schon bewusst oder ja um ein gottiger felix gibt ihm erst mal kommentiert ich war kurz wie viele kids und dann gehen wir zum muskelkater runter ja die sind weg hier komm her komm her nico gegner schwimmen doch 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 wir fliegen wir fliegen pläsent pläsent hier gelootet er sieht an nein doch unten links und gegner fliegen weiter ich dachte es wäre das wäre geil für uns gewesen es wäre eine geile situation dass den bus hier nehmen dass den bus würde war gerade da noch bei mir angezeigt hier 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 Ich werde verräten. Nein, ich hiel dich in Sweetie. Fuck off. Nein. Dass die den nicht nehmen und abhauen. Wir haben gesagt, man darf das nicht, Digga. Wie wollen wir in die Zone kommen? Wir schwimmen. Gegner, Gegner, Gegner. Die haben noch einen. Das ist ein Trio. Egal. Der eine von denen ist One-Shot. Ich hab einen. Ich hab noch einen. Die haben zwei Bigis. Nein. Der eine hat eine APG. Hier ein Bigi, 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 Bigi. Hier ein Bigi, 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 Bigi. Hab ihn. Oh, kannst du Heavy-Sniper mitnehmen? Ich hab gesplittet, nur falls ich gleich auch noch eine finde. Warte, da unten lagen drei Mad Kids, oder? Ja, ja, ich gönne mir kurz eins, wenn ich eh weiß, dass du welche hast. Das sind fünf Sprungpolster, da nehme ich die Stadt aus Mad Kid. Oh mein Gott, Felix ist tot, ja. Warte, wie viele Kids hast du? Okay, der... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Und wie viele haben die? Felix hat fünf, Jack hat zwei, also auch sieben. Junge, wie weißt du, wie wir führen? Ey Nico, warte! Wir haben 13 Kills. Du weißt, was das bedeutet. RPG, Rocket Launcher. Oh, ich hab alle drei geh... 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 ...e Kendelesandes. Kümme Politik ... ... ... ... ... Ach, du hast es schon Minis. Oh, ich habe zwei BIs. Ich habe schon eine, also. Sonst habe ich noch Stroh. Warte, die hatten hier noch einen Trampo. Ich habe das zugebaut. Deswegen konnten nicht alle weg. Hier. Ich fliege in die Zone. Hab ihn. Ja, ich... Nein, nein, der Rest ist hier runtergerutscht. Nein, der hatte... Der hatte keine Pump, glaube ich. Doch, der hatte eine goldene Ska. Und eine goldene RPG. Warte, da ist ein Turtle, da ist ein Turtle. RPG, du weißt schon. Oh, der ist genockt. Untertitelung. Ja, der hat den Muskelkater's Kacke da. Hier, hier in dem Muskelkater's Kacke. Hab noch einen. Hab noch einen. Ah, nur noch einer. Ich hab zwölf Kills. Nico, ich hab zwölf Kills. Hab den gesniped, Digga! Danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Lasst ein Like da. Und, ähm, ja. Ciao. Das war's. Ich hab dich. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Skao, ihr seid? Ich hab dich. Vielen Dank.